Hallo, ich heiße Alexander von Humboldt und ich wurde am 14. September 1769 geboren. Und in diesem Jahr werde ich meinen 250. Geburtstag feiern. Und zu meiner Ehre haben einige Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt meine Namen erhalten. Darunter die Humboldtschule in St. Paul. Ich werde euch in den nächsten Wochen ein wenig über meine Geschichte erzählen und über meine Entdeckungen und auch darüber, wie ich als Begründer der modernen physischen Geografie betrachtet wurde.